Einführungsstunden. Warum starten wir bei der Einführungsstunde? Warum machen wir heute Einführungsstunden? Wir wollen mit euch einen optimalen Start haben. Mein Traumsternario. Ich darf mit einem von euch 60 Minuten lang an euren Schwächen arbeiten. Das heißt, wir beginnen dort, wo ihr beginnen müsst. Wenn Dinge gut funktionieren, dann werden wir da kurz drüber gehen und uns wiederholen, aber uns vor allem auf Dinge konzentrieren, die ihr nicht gut könnt. Das heißt, auf eure Schwächen, wenn Dinge nicht zu aktivieren sehen, wenn gewisse Bewegungsabläufe, gewisse Bewegungsmuster nicht funktionieren. Wann finden diese Stunden statt? Dann, wann ihr könnt. Das heißt, ihr gebt mir Terminvorschläge und wir passen diese Wünsche natürlich euren jeweiligen Bedürfnissen noch an.